Uh, cool. Head-up-Games. Okay, da ist ne Option. So, ah, besser. Hallo, willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Morgons Jakob von den Frakta und ich bin in Arson and Plunder, Unleashed. Erson? Arson? Arson! Wir nennen es Arson und Plunder. Ich hab jetzt Bock auf ein Plunder-Teilchen. So mit Kirschfüllung wäre jetzt irgendwie ganz cool. Egal, ich bin schon wieder abgelenkt. Ähm, was wollte ich grad sagen? Ach so, genau. Ja, ich hab das grad so ein bisschen gefeiert, dass das von Head-up-Games ist. Head-up-Games mag ich nämlich sehr gern. Das ist ein deutscher Publisher, ähm, der sehr viele, also von Indie-Entwicklern sehr viele, äh, kleine Spiele, äh, sehr kleine Spiele, aber kleinere Projekte, keine Triple-E-Titel im Portfolio führt und das, ähm, ganz ordentlich aufbaut. Ich mag die ganz gern. Erstens fand ich die sehr nett, äh, vom E-Mail-Kontakt, den ich mit denen hatte. Und, ähm, ähm, ich finde das auch schön, wenn es so deutsche Publisher gibt, ähm, also generell finde ich es toll, wenn wir deutsche Entwickler und Publisher haben, äh, einfach mal festhalten. Und, äh, ich finde das auch schön, wenn die versuchen, so eine Nische im Prinzip sich zu erobern, äh, wie im Prinzip früher auch mal Paradox angefangen hat. Paradox, bevor es so ein großes Ding wurde, hat die auch sehr viele Nischenspiele, äh, äh, geführt, ähm, also ganz ehrlich, äh, wenn ihr so alt seid wie ich und erinnert euch, wie es losging mit Europa Universalis, Hearts of Iron und was sie da hatten, äh, das waren Nischenspiele, da ging, die hat keiner angefasst, der nicht bereit war, ähm, wirklich Hardcore-Strategie zu spielen. So, Arthur and Blunder Unleashed, ich habe keine Ahnung, was das sein soll, es sieht ganz lustig aus, ähm, ihr kennt mich ja mittlerweile, ich balle mir immer die Festplatte voll, wenn ich hier bei meinem Steam-Account, äh, bei meiner Steam-Bibliothek einfach bloß auf Download klicke und sehe, ach, alles klar, ich habe 150 GB Festplatte frei für Games, alles klar, mach mal voll. Und schaue mir dann die Spiele einfach mal an, wenn die es nicht kennen, ohne mich vorher groß zu informieren. Ich finde das persönlich immer schöner, da kann ich mich so richtig schön erst, ich befasse mich mit diesem Spiel, wie ich erforsche es für mich, ich lasse mir vorher nicht erzählen, wie toll oder wie schlecht oder weiß der Geier, was dieses Spiel ist, sondern ich will das selbst herausfinden. Und ich nehme euch quasi da mit. Okay, es gibt, ach, das ist ja geil, man kann die Kampagne im Coop spielen. Das Spiel hat gleich, ding, 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 ein paar Bonuspunkte bei mir abgezogen, weil ich liebe Coop-Modus, ähm, finde ich immer ganz geil. Ich spiele jetzt aber, da ich allein gerade bin, hm, spiele ich meine Kampagne so. Fräuland, die Gorgel. Gut, schön, ähm, das Spiel nimmt sich offensichtlich selbst nicht so ernst, finde ich mal gut. Passt auch irgendwie zu Head-Up, weil die hatten ja auch zum Beispiel, oder haben, soweit ich weiß, auch so Dinge wie Grotesque Tactics 1 und 2 im Portfolio, und das sind auch Spiele, die ich gerne mag, von denen habe ich zum Beispiel auch hier den Medieval Bridge-Builder da, ähm, ach, den kann ich gleich mal weiterspielen. Ähm, ja, da sind sehr viele Spiele vorhanden, die sich selbst nicht so ernst nehmen und, ähm, wo man mein Herz auf lachen kann. Gut, aber ich weiß nicht genau, was ich hier spiele. Bis jetzt sieht's nach, äh... Lass mich raten, das liegt auf der Musikspur, das, ähm, wenn die reden, oder? Jetzt habe ich das mit Escape abgebrochen, verdammt, ich wollte eigentlich auf die Option. Ähm, warte mal. Ähm, ähm, zurück. Ich mach deine Musik doch kurz an. Das gibt's nämlich bei einigen Spielen, interessanterweise aber meistens bei, ähm, Wimmelbildadventures, dass auf der Musikspur auch die Tonspur für, für, äh, so... Ja, Video kann man das jetzt nennen, aber... Das ist so laut! Okay, ich nehm ein Kopfhörer ab. Ich hab jetzt nur auf dem linken Kopfhörer. Was mein rechtes, mein rechtes Gehör schonig bevorzugt, weil, ganz einfacher Grund, in Deutschland ist das Lenkrad links. Das heißt, der Beifahrer sitzt rechts. Und, äh, deshalb ist es für mich wichtiger, dass ich rechts noch gut höre, als das... Weil zum Beispiel könnte von rechts jemand mir zurufen, PASS AUF! Und das ist halt Kacke, wenn man rechts taub ist. Gut, ähm, wir machen's mal an. Wobei ich die Musik an sich mag. Hört sich so ein bisschen nach Speed Metal an. Ich mag Speed Metal. Ah, ne, die reden nicht. Da kommt echt nur Musik. Okay. Ja! 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 Ja, ja! Ja! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Supergeil. So. Lecker Elfenmädchen. Ah, der hat auch Sturmgegriff. Schön finde ich aber, dass sie zu mir kommen. Also jetzt spüren wir. Ich mach es jetzt. Ah, dann. Sammle es ein, um unverwundbar zu werden. Jawohl, machen wir. Versorge. Ah, in einem Kristall ist. Ey. Pflegt man eine Dame mit einem Knüppel? Ja, macht man. Früher. Bevor man sie über die Schulter wirft, in die Höhle trägt. Das nennt sich Brautwerbung. Heute macht man das relativ selten. Außer in Bayern. Nur weil man CSU-Mitglied ist. Habe ich nicht gesagt. Das ist Fake News, hätte ich das behauptet. So. Alternative Fakten sind das. Drücke für den Torpedoangriff. Mhm. Mhm, 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 mhm. Großartig. Ich habe Torpedoangriff. Ach, Tornado. Wer lesen kann, ist klar. Vorteil. Ich habe mich schon gefreut, dass der Torpedo dabei hat. Na ja, gut. Wir haben den jetzt jetzt hier. Mach halt. So. Ah, okay. Okay. Das muss sich irgendwas scheinbar erst wieder auffüllen. Manna. In der schönen, äh, formschönen Flasche. Drücke für den Panikangriff. S. Mensch, jetzt übertreibt ihr das aber langsam in der Tastatur Belegung. Das ist, äh, das ist, das, das artet hier schon aus wie in der Simulation. Ja, auf, mach hin. Aha. Der gefällt mir, der Angriff. Ja, die bleibt schon bei liegen. Okay, ähm, wenn der Spiel einen Xbox-Controller unterstützen sollte, würde ich euch den Controller so langsam schon raten, weil das, äh, mir gehen langsam die Finger aus. Na, wir kommen da jetzt. Schönes kleines Blutbad unter den armen Echsenmenschen, die wahrscheinlich bloß ihre Bruthöhle verteidigt haben, so wie das aussieht mit den Eiern. Wahrscheinlich sind wir hier quasi in der Säuglingsstation von irgendwelchen, an sich total friedlichen, pazifistischen Hippie-Echsen eingebrochen. Die wollen uns überhaupt nichts Böses, verteidigen nur ihre Babys, ja. Und ruckzuck, Genozid am Echsefolge. Aber hinterher will es wieder keiner gewesen sein. Man wollte nur die, äh, keine Ahnung, Demokratie verbreiten. So, es, äh, jawohl, machen wir. Mensch, mach hin das Spiel. Wir haben doch keine Zeit. Ich muss gleich wieder Twitter überprüfen, ob Trumpi wieder was gepostet hat. Ja, was hat mir das gemacht? Ah, sehr schön. Alles Gute kommt von oben. Äh, drück um dich zu konzentrieren. Bewege, Mauszeige. Jawohl, machen wir. Was ist jetzt wieder los? Wieso spielen? Da ist es. Schatz, irgendwas für sie hinweggetappt. Haha, meine. So. So. Aber ich hab doch gar keine Maus. Ah. Und jetzt? Führe ich das? Ich ziehe eins? Aha. Hm. Interessant. Hm, jetzt. Wollen wir jetzt? Aua. Wie komme ich jetzt an Mana? Ja, Junge, mach was. Hm. Das Mana füllt sich schon allein nicht auf. Ich brauch diese Mana-Flaschen. Ich hab das offensichtlich irgendwie gerade verdummbeutelt. Ja, man war halt nicht mal, gell. An dieser Stelle an die Entwickler macht das so toll ein bisschen anders. Wir sparen jetzt mal Mana. Weil ich mich wieder verdummbeutelte. Ey, ist das Wiener. Das ist eigentlich ein Flächenangriff. Wer kommt schon her, ihr Schofsäckchen? Ah, geh doch. Und jetzt? Ich hab mir die Barriere springen sollen, oder was? Spiel! Hm, ich versuche mal die Barriere zu springen. Nö, das macht's nüch. Hm. Ach so, warte mal, ich kann noch drüber springen. Mensch, hier. Guck mal, der Monty. Diese Intelligenz, diese Weisheit, ja? Diese natürliche Schlauheit. Unglaublich, oder? Da bin ich ganz von alleine drauf gekommen. Genau, das ist der magische Stein. Ach so, das ist gerade jetzt gescriptet. Okay, Gott. Okay, die teilen sich jetzt irgendwie, was? Das ist ein Körper, oder? Ah ja. Also, ich sie es ja schon deutlich hübscher. Nicht, dass das großen Einfluss auf die Entscheidung hätte. Ich sie es ja schon deutlich hübscher. Ey, das ging. Ich bin so dieses Exentier. Able a day keeps a doctor away. Das hat schon halt die Churchill gewusst. Er hat seinen Apfel immer in der Form von Zigarren zu sich genommen. Und die Körperfühle hat er nur gekriegt, weil er am liebsten Apfel in Form von Apfelmusen noch gegessen hat, wenn er zu viel Apfelzigarren hatte. So. Der dicke Churchill. Haben wir denn jetzt eigentlich? Ach, ein Bild. Schick. So, wo war das nun mal auf S? Das Echsen-Schild, bitte schön. Genau, wir sollten zusammenarbeiten, um den Wald zu rennen. Baumba, kleine Halbling, ich bin auf keiner Seite, denn niemand ist heute noch auf der Seite der Wälder. Oder irgendwie so ähnlich. Guck mal, wie der hat da hingucken. Na, da kommt ein Gattenzwerg. Schön gesagt, er sucht wahrscheinlich eine Frau, weil Bauer sucht eine Frau. So, wo sind wir? Im Dorf. Nee, echt? Ja, der ist ja lecker. Wenn ihr, ich stelle euch mal vor, ihr steht da so am Ortsrand, hackt irgendwie gerade den Boden rum, wobei ich die Straße toll finde. Das ist eine richtig gute Straße eigentlich. Das Dorf wurde irgendeine Autobahn der Alten errichtet, oder? Und dann kommt da so ein Mädel aus dem Wald und trägt solche Kleidung. Gut, brennende Hände, weiß nicht, dann gut die Ohren. Aber trotzdem, diese Kleidung, würde ich auch sagen, bezauberndes Mädchen. Gut, muss man ehrlich sagen, ist auch wieder so ein bisschen figurabhängig. Gut, das ist auch wiederum Geschmackssache, gell? Oh, Punktzahl, sehr schön. Da hat jemand gerade die vierte Wand besprochen. Dritte Wand, vierte Wand? Ich glaube, die vierte Wand ist es, oder? Wenn der Film oder das Spiel sich an den Spieler wendet, beziehungsweise durchblicken lässt, dass es nur ein Spiel oder ein Film ist. Und jetzt? Ah, die OX haben ich verfolgt, das sind sauer, weil ich ihre Bruthöhle kaputt bin. Ey, was seid denn ihr für Typen? Boah, seid ihr hässlich. Hm. Junge, Junge, Junge. Dann würde er dir kein Zahnspang bezahlen, oder? Ey. 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 Ich dachte, ich wäre mit der Batterie irgendwie unklappbar, oder so. Offensichtlich nüch. Durchbruch, 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 ausbruch. Ich kann nicht durchbrechen. Ich bin eingekesselt. Wie die sechste Armee. Verdammt. Paulus, mach was. Ach gut. Wir konnten nicht kommen. Aber es geht ihnen nicht gut. Es war knapp, aber wir haben gewonnen. Wir haben obsiegt. Das war nicht Görings. Egal. So. Kapitel 2. Warum ist der hessische Ork wieder da? Ich würde sagen, ich setze mal einen Cut, und wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Tschö.